Active Learning 2, bewegte Zahl. Ein Kind zeigt über Sprung- und Klatschbewegungen eine Zahl. Tausender, Kretsprung, Hunderter, geschlossene Beine und Springen, Zehner, Stampfen, Einer, Klatschen. Das Kind überlegt sich die Zahl und die Klassenkollegen müssen diese erraten. 2.300 2.320 2.324 Sehr gut. Alternativ dazu können auch Rechnungen gesprungen werden. Dankeschön.